Es ist schon eine ganze Weile her, dass Jennifer Rostock-Sängerin Jennifer Weist, 32, mit nackten Tatsachen bei Instagram für Schlagzeilen sorgte. Wir erinnern uns, Jennifer Weist, Jennifer Rostock-Sängerin lässt Fiens Schweiß gebadet zurück. Ob am Pool im Urlaub auf der Balearen-Insel Ibiza oder auf der indonesischen Insel Bali, Jennifer Weist ließ ihre Instagram-Fans, fast 240.000 Abonnenten, wahrscheinlich ein ums andere Mal Schweiß gebadet zurück. Zuletzt verzichtete die 32-Jährige allerdings vermehrt auf nackte Bildechen auf ihren Social-Media-Kanälen. Bis jetzt! Jennifer Weist zieht bei Instagram blank. Denn plötzlich staunen ihre Instagram-Abonnenten nicht schlecht, als ihnen die halbnackte Jennifer Rostock-Sängerin entgegenkommt. Ausschließlich mit einer Jacke bekleidet und einer Kette um den Hals. Fotografierte sich die Musikerin selbst und stellte das Ergebnis anschließend online. Auf diesen unten ohne Kracher war wohl niemand vorbereitet. So geschickt verbirgt die Jennifer Rostock-Sängerin ihre Nacktheit. Dabei ist das Bild so geschickt aufgenommen, dass man trotz absoluter Nacktheit keinen wirklich intimen Einblick gewinnen kann. Ihren Intimbereich bedeckt Jennifer Rostock knapp mit ihrer rechten Hand. Einem möglichen Nippelblitz hat sie mit einem Herzchen vorgebeugt, das sie auf ihrem Busen platziert hat. Verdammt geschickt! Jennifer Weist unten ohne, ihre Fans lieben das Instagram-Bild. Passend zu dem Bild schreibt die Sängerin schlicht, dass sie sich pinky, also verdreht oder verrückt, fühlen würde. Bei ihren Fans kommt das Verrückte unten ohne Bild auf jeden Fall bestens an. Bereits nach wenigen Stunden sammelte es über 27.000 Gefällt-mir-Klicks. Schneider-Klicks Schneider-Klicks